Arnold Schwarzenegger sucht nicht nur einen neuen Schreiber für seinen Stift, sondern vielleicht auch eine neue politische Aufgabe. Wir fragen mal in Deutschlandsburg nach, wie wär's damit? Arnold Schwarzenegger, Landeshauptmann der Steiermark? Unbedingt. Schlechter kann es ja nicht werden. Der Arnold kann ruhig kandidieren. Mir ist das ehrlich gesagt egal. Wie war das, wenn der Landeshauptmann in der Steiermark werden wird? Ich hätte kein Problem damit. Glück auf! Soll ich bleiben wollen? Ich bin aus Belgien, ich bin Touristin. Arnold Schwarzenegger, den kennen Sie sicher. Ich liebe ihn aber nicht. Sie lieben mich nicht? Aber das glaube ich nicht, dass er in der Steiermark-Landeshauptmann wird. Nein. Warum? Er hat den Kalifornien auch angewirtschaftet. Der Abgang war negativ. Es ist privat und das Private sollte man privat lassen. Sind Sie verheiratet? Geschieden. Ja, der sucht mehr Frauen. Ist ein bisschen ein Zottel. Der ist schon lange vorher für mich erledigt gewesen. Also Landeshauptmann für Steiermark. Das ist ein Blödsinn. Ah, da komme ich nicht ins Fernsehen hinein. Ich glaube, er hat das schon alles hinter sich. Vom Filmstab bis zum Gouverneur. Ich glaube, das reichert. Wenn Sie mich mit dem Arnold vergleichen, was hat der Arnold, was ich nicht habe? Ja, schwer zu sagen. Danke. Er dürfte sehr potent sein, nämlich einen. Braucht man das als Landeshauptmann? Auf alle Fälle, oder? Ja. Finden Sie den Arnold Schwarzenegger lustig? Unsere Landesregierung. Ich bin schon vergeben. Großartig. Schlechter kann es sowieso nicht mehr werden. Welche Fähigkeiten hat der Arnold Schwarzenegger, nicht? Das Beste überhaupt. Nachdem das ja nur eine reine Theorie ist. Ich will mir dieses Szenario gar nicht ausdenken. Aber ob er das werden, Landeshauptmann, das ist ein bisschen. Nein, ich weiß nicht. Gar so begeistert werde ich auch nicht. Im Klintensei-Frau vielleicht. Die könnte auch jetzt einmal. Ja. Sind Sie aus der Steiermark? Aus Heibeswald. Aus Heibeswald. Das ist noch in der Steiermark. Im Geweldgeschrieb ist dreisprachig. Die Flammen, die Wallonen und wir dann sprachen. Landeshauptmann von Tirol, Arnold Schwarzenegger. Kann ich mir kaum vorstellen. Also ganz schlecht. Das muss einfach der richtige Maun sein für uns. Totaler Blödsinn. Ja, es wird ein bisschen, wie soll man sagen, ein steirisches Flair in die Steiermark bringen, wenn er aus Amerika zurückkommt. Vorsicht, bitte Sie sterben gleich. Ich bin ein steirer Buh und habe keine Natur. Was sagt man als Frau dazu, die angeblich seine Frau hintergangen hat? Naja, das wird nicht so etwas Besonderes sein, oder? Man kann beikommen in der Ehe. Was mit Politik, seine Politik zu tun hat, das weiß ich überhaupt nichts. So, die Damen muss ich jetzt ganz kurz befragen. Sie kennen ja den Arnold Schwarzenegger, oder? Nein. Sie kennen ihn nicht? Okay, schade. Auch Bürgermeister von Heibeswald wär auch nichts, wenn schon nichts mit Landeshauptmann wird. Nein, nein. Ich glaube nicht. Ja, ich muss ehrlich sagen, schlecht wäre er auch nicht.